Und dann haben Sie aber im Folgenden, anders als praktisch alle Wissenschaftler, abgestritten, dass es überhaupt einen Zusammenhang gibt zwischen Klimakrise und menschengemachten Tun. Herr Sievers, Sie haben ja gerade etwas aufgestellt, was einfach nicht stimmt, beziehungsweise ich Ihre Meinung nicht teile. Es ist einfach nicht so, dass alle Wissenschaftler diese Meinung teilen. Deutschland schafft den Anschluss technologisch nicht, weil wir nicht mehr in Forschungs- und Entwicklungsleistungen hinein investieren, weil wir diesen Sonderweg einfach gehen. Das funktioniert einfach nicht und die Wahrheit muss man den Menschen einfach sagen. Und die Wahrheit muss man den Menschen einfach sagen.